Moin moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind ein bisschen K.O. Wir haben nämlich letzte Folge nicht mehr geschlafen. Ihr seid also Brinjolfs neuer Schützling. Ja. Ihr seht nicht nach Vielhaus. Mittlerweile, meines Wissens, stand Leiter der Diebesgilde. Und ziemlich rich. On the way zumindest. Wir sind dabei, ziemlich rich zu werden. Nicht unbedingt über die Aufträge, die gerade mal 1000 Gold bringen. Aber über die ganzen anderen Sachen, die wir nebenbei noch sammeln. Ja. Ich hatte ja gesagt, wir werden mal so ein paar Diebesgilde-Quests machen. Und zwischendurch auch mal was anderes. Für die Folge habe ich mir jetzt zum Beispiel überlegt, wir haben noch so ein paar kleinere Quests in Riften offen. Zum Beispiel letztendlich die Zeichen der Dibella. Die müssen wir ja eigentlich noch holen. Ich würde mal sagen, da kann man ja mal direkt losgehen gleich. Und gucken, dass man die Aufgabe fertig macht. Aber erst mal müssen wir eine Runde schlagen. Denn, ganz schön ausgelaugt. Der Hude. Warte, 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 warte mal. Oh, ich bin voll auf der Tastatur verrutscht. Nein, 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 nein. Das habe ich noch nie gesehen. Genessa wollte nicht länger warten. Und wollte sich dann einfach auf den Weg wieder machen. Das habe ich noch nie gesehen. Naja, gut. Ich müsste... Arkadenspied habe ich noch nicht, ne? Kann ich auch noch nicht lernen. Dann holen wir uns mal eben kurz unsere Drachenrüstung zurück. Wo haben wir sie noch gleich? Oh, ich sehe ihn hingepackt. Das ist ja nicht. Das ist die Nordrüstung. Das ist die Klingenrüstung. Ach, hier links. So, ich weiß ja nicht, wie stark die Leute werden. Wegen die wir... Sollten wir uns mit jemandem boxen wollen. Kommt schon mal vor. Genau. Und jetzt müssen wir erstmal... Meine Herren, ist das lang. Äh, Schwert nicht. Auch nicht. Hügelgrab. Nein. Zeichen von Dibella. Das brauchen wir. Und die Eiszähne haben wir eigentlich schon. Ich weiß nicht, warum die noch drin ist. Dann gibt es hier noch mehrere. Na. Mehrere weitere Sachen. Badenakademie. Aber das will ich eigentlich alles gar nicht machen. Ich will einfach nur Sachen, die es im Riffen gibt, machen. Und da ist auch zum einen... Ja, aber da hole ich mir die bei uns. Das ist eine Angeltour. Die steht auch auf der To-Do-Liste auf Platz 3. Hier. Äh, Verlangen. Hier. Ich weiß, es ist keine schöne Schrift. Aber... Hab ich noch nie behauptet. Die ist noch ordentlich. Den letzten To-Do-Zettel, wer ihn noch kennt. Das ist mal eine normale Schrift. War eben schnell irgendwie hingekrackert. Ich weiß, was da steht, aber keiner kann es lesen. Ne? Das ist wie wenn man... Gibt es ja diesen tollen Vergleich. Wenn ein Arzt dir was verschreibt, du guckst drauf. Wissen Sie, was da steht? Ich meine... Ich meine schon. Für, glaube ich, nur die Krankenschwestern oder die, äh, äh, die, äh, Apothekerinnen, die immer wieder mit... Die Arbeit in der Fischerei von Rischtoll ist klar. Aber sie bringt etwas... Also hier soll irgendwo ein Zeichen... Ich bin heraus, als könnte dir ein Getränk vertragen. Aber so langsam, es war ein Fehler, die Kramfeste zu verlassen. Äh, da. Ich bin ziemlich beschäftigt. Braucht ihr etwas oder kann ich weiterarbeiten? Ja, du hast ja so ein Teil, was ich haben will. Ihr seid verrückt. Wie könnt ihr es wagen, solch eine Anschuldigung vorzubringen? Wenn sich herumspricht, dass ich mit ihr im Bett war, hat in der Brauerei keiner mehr Respekt vor mir. Nehmt das Zeichen, wenn ihr es wollt. Es ist die Mühe sowieso nicht wert. Okay. Danke. Gut. Vielleicht kann ich dann ja... Das war leicht. Na gut, aber die Redekunst ist ja auch schon über 50 und ich meine, ab 50 Redekunst kann man alle in Riffen überreden, die mit ihr gepennt haben. Das Zeichen rauszurücken. Ich meine es. Ich bin mir nicht sicher. Wir sehen es. So. Himmelsrand. Riffen hat einen düsteren Ruf. Seit sich die Diebsgilde in der Kandidation unter den Straßen eingenistet hat. Wieso düsteren Ruf? Moin, moin. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Was ist mit deinen Augen los? Ich muss noch Pferde beschlagen, also beeilt euch. Was ist mit deinen Augen los? Tja. Was ist mit angegriffen? Ja, ich. Alter. Was soll denn das? Gut, dass ich mir die mitgenommen habe. Da komm ich doch gar nicht hin. Alter, drache. Ach. Ja, nee, rüberleite dich. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir den überhaupt bekommen. Meine Überlegung. Wir laufen einfach mal ein bisschen weiter hier vorne hin. Wir hoffen, dass der hier rüberkommt. Nein, bitte nicht angreifen. Hilfe. Ich bin doch so ein armer, Alter, Mann. So, kommen wir jetzt wieder zurück. Sieh nicht so aus, ne? Ich werde euch brennen sehen. Toll. Okay, wie machen wir das? Ich weiß. Wir gehen hin. Ach, da kommt er, da kommt er hin. Komm hier hin. Oh, nein. Kollege Schmalspurg. Ach, toll. Da ist ne Wache direkt hier. Und noch ne Wache. Wanda. Der hat aber ne coole Farbe. Kommt zurück. Ich treffe ihn, oder? Ja. Feuer! Die Lichtspiele gerade finde ich richtig gut mit dem Baum hier. Okay, es macht nicht viel Schaden. Aber wir treppen ihn, und es macht Schaden. Das ist gut. Ich bin so vor, dass die nicht wie Trolle ne Lebensregeneration haben. Das wäre absolut kacke. Ich will mal vor, ne ne alten Drachen mit Lebensregeneration. Und dann hast du gerade so genug Items, um den hoch zu tragen. Aber nur, wenn der nicht vor dir wegrennt. Und dann bist du die ganze Zeit in der Luft. So wie jetzt. Boah, ich würde da nicht kratzen. Oh, Schatz. Junge! Ich habe übrigens neulich mal so ein paar Videos zu Elden Ring angeguckt. Das ist ja das neue Spiel. Das ist ja so. Das Elden Ring, weil. Und so neulich ist, dass die Bewertungen zu abgegeben haben. Diese, denen das Spiel zu schwer war. Das war so gut. Wirklich. Es gibt so dumme Bewertungen für Spiele. Und da waren die Begründung, ja ey, wenn du ein Spiel machst, was nicht für alle ist, weil es zu schwer ist, dann mach doch einfach gar kein Spiel. Wenn du ein Spiel machen solltest, dann machen willst, dann mach eins, was alle spielen wollen. Und der, der sich das umgeguckt hat, sagte einfach so, aber was ist mit dem Blind? Mögen euch die Götter verdanken. Das war so gut. Ist halt ein springender Punkt, ne? Was macht ihr mit dem Blinden? Man muss auch eigentlich dann jedes Spiel blind spielen können. Und das Wies ist, es gibt jetzt Challenges, wo Leute das Spiele blind durchspielen. Wirklich, die haben dann, sehen dann nix. Entschuldigung, hat ganz viel Ruhe truppen. Sehen dann einfach nix. Aber spielen das Spiel. So, dann haben wir nämlich noch ein bisschen. Ich werde euch... Nein! So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen diesmal die Tane. So, dann können wir in Ruhe weiter kämpfen. Ich bin wieder abgehauen hier. So, Penner! Ist ja miese alte Gruppe, Alter. Wie alt, wie alt, wie gut ist es hier eigentlich? Kommt der runter? Nein, nicht wahr. Ich glaube übrigens, dass es alte Drachen nicht die stärkste Drachen sind. Ich weiß, dass es nämlich Drachen gibt, die auch einen, äh, denn Drachen schaut auf dich machen. Und zwar, es gibt Drachen, die machen, okay, das ist ja jetzt halt auch. Die machen einen, äh, 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 Lebensabzug. Ich glaube, der verringert da eine Lebensfaktion. Oder, der, der, der Pferdeputzi kommt mit dem Schlecht. Wenn ich hier bin, dann müssen wir ihn nicht aufgeben. Oh-oh! Das ist nicht. Ihr könnt euch nicht mehr überlegen! Er ist die Fremdung von Titan! Ich weiß nicht, dass ihr... ihr seid wohl zu ich muss noch pferde beschlagen also beeilt euch karte kaufen natürlich und was wovon redet ihr ich weiß nicht mal was das ist hier verwechselt mich wohl mit jemand anderem ich will den richter und keinen schlechten ruf bekommen aber helga ist außer kontrolle sie wollte es in den stellen versuchen also habe ich zugestimmt wenn ihr es unbedingt wollt dann nehmt es euch so jetzt können wir wieder mit dem drachen das wird wunderbar ich glaube nicht das hat sich vorhin zu nichts anlegen einmal sprechen reicht und habe ich noch mal zweimal speichern geht jetzt zweimal drücken habe ich von nachdem so wir brauchen einmal kurz ist ein normaler drache jetzt das hier dann jetzt keine challenge mal gucken wie viel er hat ich bin ich brauche kein magiker für dieses ich werde ich habe die diebesrüstung an boah wie viel schneller der stört einfach so will er jetzt runter wir sind nicht weg der ist tot wunderbar es sind jetzt schon zwei große taten eine quest fertig krass blau ist einfach so ich weiß nicht was ich sagen soll die nassers augen sind so hell wie die zukunft schwarzmalerei hier alle scheiße früher war es besser so jetzt können wir helga mal eben mit den zeichen konfrontieren und gibt es denn noch so für aufgaben es gibt mir fällt was ein wir können mit dem tempel von mara quatschen da gibt es eine schöne quest reihe ich hoffe nicht dass ihr ärger sucht was kann ich für euch tun nichts wenn ihr ein bett sucht ist das hier der falsche ort ihr habt ja was von mir was wie woher habt ihr die nein sagt es mir nicht ich will es gar nicht wissen ich bin gespannt auf eure ausreden hört zu das muss unter uns bleiben zwischen euch und mir in ordnung davon braucht sonst niemand zu wissen wenn es bekannt würde dass ich in rifton meine künste der die bella praktiziere würden sie mich aus der stadt jagen wissen sowieso schon alle nehmt dies und kein wort zu einer menschenseele vor allem nicht zu svana das hat sich jetzt nicht so gelohnt ich weiß nicht warum ich mir die ist es euch gelungen die zeichen von diesen männern zu bekommen die sieht immer aus als hätte die einen richtig schlechten tag immer so voll bedrückt hier hast du einen kuchen ach ich weiß ist es nicht wunderbar ich wette sie hat sich gewunden wie ein skewer als ihr sie aus der tasche gezogen habt ja ich glaube von jetzt dann werden die dinge hier anders laufen und das verdanke ich euch hier das möchte ich euch geben es gehörte meinem vater aber ihr werdet es sicher gut gebrauchen können ich hätte es wirklich nicht gern dass euch etwas passiert das kann ich nicht wahr es ist euch ja sowieso einerlei es übernimmt die kontrolle über mein leben ein widerliches gebräu man sollte den der es euch verkauft hat zur rechenschaft ziehen der ist tot wenn diese welt gerecht wäre würde ich das einfach hinter mich bringen und in frieden sterben ich darf mir sachen nehmen wer mit dem ist oh ihr seid es ja wollt ihr noch mehr aus mir herauspressen ja es ist unsere liebste begleitung so lachsbraten und so ein knoblauch wer legt sich nicht gern zum frühstück ne ganze knoblauch dank euch fühle ich mich jetzt viel besser komm 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 erst mal komm dann hat man noch ruhe auf der arbeit ne so die statue brauchen wir nicht wir wollen aber die bergbogen haben vor allem vielleicht wissen die dass ich hier die künste der die bella ausführe ne bitte die bella statue mitten auf der kommode eine ecke muss man nur herum gehen ich wette die hat mit jeder zwei in wache gepennt flittchen so haben wir hier noch so haben wir jetzt sowieso schon alles nehmen dürfen knoblauch lecker 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 oh hier ist ja jackpot nicht das fass äh das fass das den korps den wollen die nicht oh stehlen da wollen wir nicht dran fast äh wären wir hier zum äh zum dieb geworden dabei sind wir doch gerade nicht für die gilde unterwegs oh eine angel die brauche ich her damit den rampel ich nicht salz kann man immer gebrauchen ansonsten gut ich würde sagen wir gehen Richtung tempel werden wir genug eingesammelt ja fangen wir mal mit dem tempel ein bisschen an da gibt es nämlich ne wunderschöne ne wunderschöne äh ne wunderschöne äh ne wunderschöne Gimmick wenn man den abschließt wir beide sind vom gleichen schlaf ich freue mich euch kennengelernt zu haben die volle ist ganz meinerseits also rein da tempel von mara lady ma mit wem muss man nochmal reden mit dir möge mara euch segnen wunderbar womit soll ich anfangen mara mara ist die göttin der liebe der tempel verteilt ihre gaben an die kranken die armen und die verlorenen wir vollziehen auch hochzeitszeremonien für alle liebespaare in himmelsrand da gab es ja was aber ja natürlich vorausgesetzt ihr seid dazu bereit seid ihr mit den gepflogenheiten rund um die ehe in himmelsrand vertraut ne erklär mal bitte typischerweise ist die liebe in himmelsrand so ernst und sachlich wie die einwohner dieses landes das leben ist hart und kurz daher ist nur wenig raum für langes liebeswerben jemand der einen partner sucht trägt einfach ein amulett von mara um den hals und signalisiert damit dass er oder sie zu haben ist wenn dann jemand interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames leben einigen kommt einer von ihnen hierher zum tempel und wir vereinbaren die zeremonie achso ich muss ein amulett kaufen ja komm machen wir hier bitte und vergesst nicht dass die leute in himmelsrand auf eure taten reagieren wenn ihr ihnen helft werden sich mehr von ihnen für eure liebe interessieren viel glück möge mara euch segnen den bettler den dem mann goldstück gegeben hat oh oh das ist doch der der gönner mensch der ist noch zu haben nehmt ihr almosen könnt ihr mir von maras glauben erzählen maras universum umfasst die gefühle nach denen wir uns am meisten sehen liebe mitgefühl und verständnis es ist nicht leicht ihre gaben in diesen finsteren zeiten zu erkennen ihr solltet sie als leuchtfeuer inmitten eines tobenden sturmes verstehen mhm ok also hier bin ich falsch möget ihr sicher zu ihrer hull zurückkehren wohl die Frau hier hinten mhm ja mit dem muss man glaube ich reden lady mara heißt euch im schoße ihrer güte willkommen das ist eine dumme frage aber die müssen wir stellen wir dienen der göttin mara die den sterblichen das geschenk der liebe gab auf das sie einen hauch der ewigkeit verspüren mhm zu lieben bedeutet die wahre natur der götter zu kennen segen empfang nicht alle können das weite echo der hellsten morgendämmerung hören um von mara berührt zu werden müsst ihr in dieser welt als ihr verlängerte arm handeln erforscht die facetten des ewigen juwels seid ihr nun bereit das licht in dieses land zu tragen let's try it die morgendämmerung erwacht in euch mein kind ihr müsst ihr licht in die welt tragen auf das alle es sehen mögen mara hat mir eine vision geschenkt am fuße des halses steht eine junge frau fast noch ein mädchen ihre unstete liebe muss aufgelöst werden das dorf die frau fastred dies ist das gebet das von der göttin erhörte und an ihre diener weitergegeben wurde kommt wieder wenn sie ihren pfad erkannt hat ich werde mara in eurem namen anrufen ich dachte ich muss erst zu zettel verteilen ein bote der liebe das schaffen wir nach iwas das sind 5 minuten so sprecht mit fastred haben wir geschlafen sind wir gesättigt schlafen müsste ich haben ne bin nur hungrig das ist gut wenn ich nur hungrig bin können wir eben was essen und auf geht's ich habe schon viel von euch in eurem süßholz geraspel gehört woher eigentlich bin ich nicht süßholzrat schön bin auch mal gespannt es gibt ja glaube ich ungemein viele Leute die sich da im theoretischen Heimat haben eh also ich weiß Isolda geht und da hört man ein bisschen dann auch schon auf hehehehe mehr weiß ich tatsächlich gar nicht so wo es man fährt hä gut dann machen wir es anders ich kenne noch einen anderen schnellen ihr solltet euch lieber beeilen wieso ich kann euch wohin soll es gehen ich möchte gerne nach Falkenring klettert wieder hinein dann sind wir weg wenn ich im Falkenring bin kann ich mit meinem Pferd zu meiner Hütte dort mit dem Kutscher rüber zu Iwerstadt deswegen sag ich dort nur 5 Minuten so ja ist egal es ist nicht so schlimm wenn du hungrig bist und müde und erschöpft du musst nur auf dein Pferd reiten das ist nicht so schlimm jetzt trage ich ja doch wieder die Drachenrüstung ja gut aber wir sind ja auch jetzt gerade nicht für die Diebesgilde nicht für die Diebesgilde unterwegs sondern wir sind für den Tempel von Mara unterwegs denn ich meine die Endbelohnung wenn man alles für den Tempel von Mara gemacht hat ist das Teil wie heißt die Fähigkeit dann? Agent von Mara das ist ein permanenter Magie Effekt auf jemanden und der ist gar nicht mal schwach so hier sind wie immer so ein paar Banditen und wie immer ignorieren wir die denn keine Lust ja 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 Hallo Elch Tschüss Elch ob hier jetzt wieder ein Riese ist oder irgendein anderes Viech was meine Kuh oder meine Hühner killen will schauen wir mal woran werden wir es erkennen? kommt uns die Kuh in die Viech? ja, es sind wilde aber der ist braun es ist mir eine ehre euch wieder zu sehen meintan ja danke wohin soll es gehen gunja bringe mich doch mal bitte nach lieberstadt klettert wieder hinein dann sind wir weg und dann sind wir auch schon bei den fünf minuten man braucht bis nach ihrer stadt man muss nur wissen wie und wollen es geht auch mit dem pferd wenn man an der hintertür von ritten ist da kann man auch einfach den weg entlang laufen großes problem ist nur was ist los der war so am rennen will jetzt zu mir dann ist achtet das gesetz und ihr missachtet mich das finde ich gut gehen wir erst mal eine runde pennen ein bisschen spät wir sind erschöpft und haben hunger wir dürfen hier alles nehmen ja stimmt wir haben ja den gut geholfen wir haben ihn ja hier dieses tagebuch gebracht der war ja so so verzweifelt wegen den geistern im wegen den geistern im bügelgrab ich habe hier eine mission mögen die über eure künfe machen dankeschön danke so jetzt da unser geist demaskiert wurde kommen vielleicht wieder mehr besucher in die stadt nicht nur dann und wann ein pilger weil sie natürlich für heute gehört das zimmer euch dankeschön ich zeige euch euer zimmer ich kenne das hier entlang so wir schlafen bis morgen um acht das heißt 13 stunden ist man langer erholsamer schlaf kann man auch mal machen so viel uhren wir eigentlich doch lasst mich wissen wenn ihr sonst noch etwas braucht aber ich habe ja gerade mehr essen eingesammelt so wo sind die lachsbraten machen es gefüllt sagt wunderbar ihr seht nicht wie ein pilger aus warum besucht ihr ihr was da wenn ihr euch hier zur ruhe setzen und kinder haben wollt denkt gut darüber nach bevor er es tut ach der hat es gesagt ich frage hat schon wieso kann er ohne seine lippen zu bewegen reden der elf ihr passt doch auf euch ja auf oder auch an so fast retten ist hier vorne rechts naja und weizen warte war's stretch du kannst waren hat mara euch geschickt ja was bedrückt euch meine eltern verhalten sich unmöglich das janus möchte mich heiraten und ich glaube ich liebe ihn aber dann will er nach rifthorn umziehen und das will mein vater nicht zulassen ihm ist nur seine blöde stadt wichtig aber mit bassianus bin ich so glücklich wie noch nie zuvor meine mutter ist mir auch keine hilfe wenig verwirrt ja ich glaube er will mich heiraten ich glaube ich liebe ihn ich will nicht wählen müssen sie sind beide so großartig ihr müsst ein pilger auf dem weg nach hochrott gar sein das ist der einzige grund hierher zu kommen nein ist ja nicht ich komme auch wegen den kühlen wegen dem hügel grab wegen den freundlichen leuten die alle so sauer sind dass alle nur wegen dem pilger fahrt kommen so meine güte wahrscheinlich geht es um die männer ja wir alle hätten gerne ihre probleme erzählt es meinem mann nicht aber ich habe keine probleme mit bassianus stimmt mit dir auch wenn es bedeutet dass sie was das verlässt ich möchte dass fast tritt glücklich ist wenn sie sich einfach aus der stadt schleichen würden könnte ich das meinem mann beibringen also beide ich spreche mit fast tritt damit fast tritt wo die denkt sich jetzt muss ich erst mal ins bild und fast tritt die schau zu stehen sondern zwar fast fertig das fast wieder produziert jetzt spricht nur mit potin denn fast hat ins bild guck dich an guck mal ich arbeite ist doch gut was janus hat immer noch große angst vor jothor wenn er wüsste dass ich ihn davon abhalten würde den armen jungen zu verfolgen ging er ohne nachzudenken mit fast tritt nach hüfton sagt ihm dass ich auf sie aufpassen ich möchte nur dass meine tochter glücklich ist okay natürlich geht alle anderen machen das auch auch kaum als maul wenn ihr euch zur ruhe setzen müssen wir auch meine tochter treibt mich in den wahnsinn kannst du also verzeiht mir wenn ich ein bisschen angespannt bin ich weiß schon um was es geht sie glaubt in bassianus verliebt zu sein und will die stadt verlassen mit ihm lasst mich euch erzählen wie ich die dinge sehe bis vor ein paar monaten war sie feuer und flamme für klimek sie sprach den ganzen tag von ihm wenn ich das gefühl hätte dass sie bassianus wirklich lieben würde wäre es etwas anderes aber sie ist noch ein kind das geht vorbei seht euch um es bleibt sonst nicht mehr viel die stadt hatte mal eine ansehnliche größe aber seit einiger zeit ziehen alle leute nach hüfton wenn alle jungen leute gehen was geschieht dann mit ivast hat ihr wisst doch wie kinder sind jeden monat will sie etwas neues und wie immer hat der knabe absolut kein rückgrat jemand muss ihn überzeugen mit einem kleinen anstoß wäre alles einfacher verschwindet einfach so schnell ihr könnt aus der stadt hier gibt es nichts entspann nicht was problem genauso kind für mich ist es eine erwachsene frau oder nicht ich glaube du machst den kohl kaputt damit jetzt doch ich weiß nicht wie hat er eine idee wie ich meiner tochter die flausen austreiben kann halt die schnauze so klimek und die kaiserlichen denken dass wir ihre gesetze benötigen ja was sie an uns jetzt hier drin und klimek ist da links wofür entscheiden wir uns denn ich mache im normalfall am liebsten rede ich mit dem liebsten rede ich meistens mit klimek aber der ist gerade nicht da ich bin ein paar wochen vorräte wenn das wetter ist zulässt darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles völkchen zu sein ich weiß nicht sonderlich viel über sie roti hat gesagt ist ich soll mit euch überpasst oder meine liebste wie ich mich danach sehne sie aus all dem herauszuholen warum hat euch roti geschickt sie hat gesagt ihr solltet durchbrennen ich bin mir sicher hoffentlich geht es gut geht es für euch gut aus man kann den entweder überzeugen oder nicht das hoffe ich auch das ist eine schwierige situation ja es gibt ja so einen tollen sprich was für eine langweilige unterhaltung heiz maul wo ist klimek ich rede wieder mit klimek ist netter klimek ist noch nicht draußen warten wir mal eine stunde mach den weg frei mal gucken ob klimek das stört wenn wir hier einbrechen ihr habt ihr nichts verloren kann man nicht einmal seine ruhe ja ja ich hau ja schon ab klimek will nicht mit uns reden was janus ist ein arschloch mal machen wir denn jetzt ein immer mit klimek gehen und der jetzt raus immer noch ihr mischt doch getränke zusammen oder könnt ihr nicht ein med braun nein hier guck mal er ist am arbeiten die ist am arbeiten wer ist sie denn sucht ihr arbeit dann besorgt euch eine axt und bringt mir so viel holz wie ihr nur hacken könnt mein geschäft geht den bach runter mein lehrling hört nicht auf mich und jetzt kommen auch noch drachen hätte ich nicht alles gold in meine mühle gesteckt wäre ich schon längst aus iwastat verschwunden okay habt ihr ein bärenproblem wie kommt ihr aufs bärenproblem macht ihr witze diese verdammten biester treiben mich in den ruin okay wisst ihr was wenn ihr mir zehn ihrer pelze aus himmelsrand bringt bezahle ich euch für das ausdünnen der population okay habt ihr mal gesehen was bären mit bäumen machen sie springen auf ihre hinterbeine und zerkratzen sie um ihr territorium zu markieren okay ich muss schon ganz himmelsrand nach unberührten bäumen der richtigen größe absuchen das kostet zu viel zeit und geld ich meine wenn ich jetzt 200 jetzt verpasst diesen dummen bären eine abreibung ja ist ja gut ich verpögele aber könnt ihr nicht vielleicht mein schwert verzaubern kannst du nicht mal mich im weg sehen mit der stumpfen alten klinge kann man nicht mal mehr butter schneiden ich verprügel ja schon bären doch die mache ich kaputt erster bernfels ich würde mal sagen zum abschluss gehen wir einfach in die höhle jetzt sind hier ja noch mehr bären schönen tag bin der neue hier riecht es förmlich nach ärger da ist ja mehr die 10 mit mit dem werden er ist eine kleine eine Hülle hier. Mama spielt denn eine schwere Rüstung? Okay. Gibt es ja eine Menge Sachen. Höhlenbär. Noch ein Pelz. Okay. Habe ich jetzt einen Zaubertrank für Krankheitsheilung mit? Nein, habe ich nicht. Wo habe ich den denn hingepackt? Ist die wie eine Kiste ausversehen geworfen? Ich hatte gehofft, dass hier drei Bären drücken. Das wäre schön gewesen. Aber, war nur eine. Vorsicht! Unsere Schritte werden in jeder Kammer und jedem Tunnel wiederhallen. Gibt es keinen Tunnel. Es gibt nur eine Kammer. Alles, was in der Kammer ist, haben wir bereits getötet. Und das liegt hier. Ne? Was ist denn da? Hm. Okay. Jetzt will ich aber immer noch mit Klimek sprechen. Ja, wer kennt es nicht, ne? Man hat sich gerade mit Bären geprügelt und dann hat man richtig hoch. Ja, man braucht erst mal so ein Lachsbraten. Nicht Zutaten essen. Und da ist man wieder sanft. Ja, ja. Die goldene Heilige. Die hat den Stock gestolpert. So, Klimek ist immer noch nicht auf der Straße. Immer noch nicht aus seiner Hütte rausgekommen. Ähm, ich gebe ihm jetzt noch zwei Stunden Zeit. Wenn er dann nicht wieder da ist, dann schicken wir, äh, fast mit Bastianus noch Rift. Bei den neun. Ich hasse das Warten. Dieses verdammte Warten. Ich kenne das, ne? Der hat bestimmt eine Pizza bestellt. Und richtig Cola. Gut, Klimek. Oh, ich glaube, er ist jetzt in der Kneipe. Es sind nämlich beide, äh, es ist nämlich kein zweiter Peil auf einem anderen Haus. So, Klimek. Da ist er ja. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrodka? Warum sucht ihr Ivar? Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Das will ich jetzt gerade nicht fragen. Ihr habt Fastrick wohl verloren. Oh, Fastrick. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Erst lächelt sie mich an, dann erwidert sie nicht einmal mir meinen Blick. Bastianus weiß bestimmt, was da los ist. Er versteht die Frauen. Vielleicht gefallen die entschlossenen Männer. Hätten wir ein bisschen mehr ausschmucken können. Aber? Ihr solltet mutig sein. Hau raus. Fische fängt man nur am Wasser. Ich gehe sofort zu ihr. Was wollt ihr? Ähm, nicht. Hinterher. Lauf. So. Jetzt kommt nämlich ein Dialog, den ich eigentlich ziemlich gerne höre. Ja, ja. Renn mal los. Fährt jetzt aber eilig. So. Wenn ihr euch je zur Ruhe setzt. Fastrick, ich muss euch etwas sagen. Klimek? Was ist denn? Ich möchte nicht, dass ihr Ivar Stutt verlasst. Warum nicht? Weil ich euch vermissen würde. Aber ich dachte, ihr hättet nur das Fischen im Kopf. Was nutzen einem Fische, wenn man sie allein essen muss? Oh, Klimek. Goethe 2.0. Wow, ey. War jetzt nicht so gerade sehr spannend. Gut. Dann würde ich sagen, ich bringe meine nächste Folge zurück nach Rift North. Ich habe leider noch nicht das Buch Volkskönig im Band 3, sonst könnte man da jetzt weiterlesen. Ähm, dann geht die nächste Folge weiter mit, äh, mach guck, entweder Diebesgildenquests oder weitere Tempelquests. Ich würde sagen, wir können ja auch immer abwechseln. Eine Gilde, eine Gilde, eine Gilde, eine Gilde, eine Gilde, eine Gilde, und dann immer wieder Tempel, die Gilde, die Gilde, die Gilde, die Gilde, so im Wechsel. Da haben wir ein bisschen Abwechslung drin und kann man einfach mal ein paar Quests machen und nicht immer diese langen, riesigen, Tempenquests, sondern auch mal ein paar kleine Quests mit einer Prise Salz. Na? Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe eure nächsten Folge wieder. Schönes Wochenende ist noch nicht viel. Ja, wir haben jetzt doch was noch. Äh, ja, äh, schöne Restwoche. Haut rein.